onte im Konter Sascha Pfeffer, auf ihn eingewechselt, Alexander Schnitzer, die strangen auf, lauf, 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 und schieß! Go! Die Dresdner Gala ging weiter, Union stolperte von einer Verlegenheit in die andere, das ist der Käpt'n Robert Colt, jetzt los geht der Mann! Das 1 zu schnellen Aufsteigen, das ist Ruben Koch, der Kapitän, Zucker passt auf Marien Möbel! Erste, zweitiger Spiel von Dicci Lami! Das Pressing der Böger war auf der Zeitung begann der Liga! Die Bödie, 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 die Bödie! Das 5 zu schnell, Abschluss von Benjamin Kirsten! Der ist Lato, Dicci und der Zwift zum 2 zu 0! Und Kai Dietrich, 4 der letzten Schinderspieße! Nowak, 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 Nowak! Nowak, Nowak! Nowak, Nowak, Nowak! Nowak, 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 Nowak! Bis zum nächsten Mal.